Servus, lieber Hachinger. Mit diesem Video möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hätte es am liebsten persönlich gemacht mit euch auf der Südtribüne, aber es ist ja aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich. Ich möchte einfach das Video nutzen, um mich von euch zu verabschieden und für die letzten schönen acht Jahre zu bedanken. Auch wenn das letzte Jahr nicht so war, wie wir uns das alle vorgestellt haben, bin ich für alle anderen Jahre sehr, sehr dankbar. Ich bedanke mich bei den Trainern, bei den Verantwortlichen, bei euch Fans, einfach bei dem gesamten Verein, die mir die Zeit in Haching so schön gemacht haben. Ich erinnere mich einfach an schöne Tage zurück im Sportpark, an mein Profidebüt, an den Aufstieg, an die DFB-Pokalfights. Für mich geht die Reise weiter. Nichtsdestotrotz werde ich Haching immer weiter anfeuern. Ich werde immer ein Hachinger bleiben. Ich werde immer weiterhin die Spiele anschauen und wünsche euch auf jeden Fall den Wiederaufstieg nächste Saison, denn Haching wird niemals untergehen. Boch Sektor! Boch Sektor! Boch Sektor! Boch Sektor!